Du möchtest dich selbstständig machen, brauchst Geld für deine Gründung, aber leider hast du eine negative Schufa aus der Vergangenheit? Nun, in der Regel ist es so, dass die meisten Banken die absagen und ich werde dir heute eine Lösung vorstellen, wo du trotzdem 10, 20, 30, 40.000 Euro bekommen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Grupp Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und jeder 20. der zu uns kommt. Nun, der hat eine negative Schufa. Irgendwas ist passiert, verschuldet oder unverschuldet und trotzdem hat er eine tolle Idee, möchte sich selbstständig machen und ich zeige dir heute, wie das funktionieren kann. Nun, es gibt in unserem Land ein großes soziales Netz und dafür auch Behörden, die dann Menschen unterstützen, die in Not sind und da gibt es tatsächlich auch ein Gesetz, was dich unterstützt bei deiner Gründung. Welches Gesetz ist das? Nun, wir sprechen hier vom sozialen Gesetzbuch Nummer 2. Das soziale Gesetzbuch 2 ist so die Grundlage, nachdem das Jobcenter arbeitet. Ja, du hast richtig gehört, das Jobcenter gibt dir Geld für die Gründung, wenn du zum Beispiel einen negativen Schufa-Eintrag hast. Wie sieht das nun aus, wenn du eine negative Schufa hast, du willst Geld haben? Nun, du kannst zum Jobcenter gehen und du kannst nach zwei Paragrafen fragen, es gibt eigentlich theoretisch drei, aber zumindest den Paragrafen 16c gibt es, es gibt den 16b und theoretisch gibt es noch den 16f, aber der wird nicht so häufig beansprucht und dann gibt es noch den Paragrafen 45 SGB III und diese alle liefern dir Finanzierung, Fördermittel für deine Existenzgründe. Nun fangen wir an mit dem ersten Paragraf, Paragraf 16c. Dieser heißt auch Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen. Das bedeutet, wenn du dich selbstständig machen willst und du brauchst beispielsweise einen Computer, 1000 Euro, du brauchst eine Webseite, vielleicht möchtest du ein bisschen Betriebs- und Geschäftsausstattung, einen Tisch oder ein paar Visitenkarten haben, dann kannst du bis 5000 Euro nach dem Paragraf 16c Investitionsmittel, Finanzierungsmittel für Investitionen beantragen. Das Einzige, was du dem Jobcenter neben deinem Businessplan, Finanzplan und den Investitionen und den Fachkunden Stellungnahmen abliefern musst, ist dann zusätzlich noch zwei Bankabsagen mindestens. Nun, wenn du diese zwei Bankabsagen hast und du gehst mit deinem Finanzplan, mit deinem Textteil, mit der Fachkunden Stellungnahme dann zum Jobcenter, dann kann das Jobcenter als letzte nachrangige Stelle dieses Geld geben. Denn sie sind ja motiviert, dich aus der Liste zu bekommen. Denn sie wissen, wenn du noch zehn Jahre, mal zwölf Monate, mal 1000 Euro dem Staat kostest, das sind 120.000 Euro, so sind 5000 Euro also durchaus zulässig, dich zu fördern. Das Ziel also des Jobcenters ist es, dass du von denen wegkommst, frei wirst, tragfähig bist, dass du also unabhängig von Jobcenter existieren kannst. Und daher kriegst du Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen. Das zweite Förderprogramm 16b, das nennt sich Einstiegsgeld. Auch hierzu gibt es ein separates Video in dem Kanal, wie du es beantragen kannst. Und dieses Einstiegsgeld kann dir noch bis zu 24 Monate mal 200 Euro, die 200 Euro hängen ab von der Größe deiner Bedarfsgemeinschaft, Familie, Kinder und so weiter. Aber hier gibt es nochmal bis zu knapp 5000 Euro, auch nochmal als Zuschuss. Beides ist also nicht rückzahlbar. Diese Mittel für Einstiegsgeld sind zum Beispiel gedacht für Marketingmaßnahmen oder laufende Betriebsmittelfinanzierung, wenn ihr dir was kaufen musst. Stifte, Ausrüstung, Toner, das kannst du dann davon finanzieren. §16b. Nun, was ist der dritte §16f? Da gab es dann auch mal Beratungsförderung. Das ist aber weitestgehend eingestellt worden in den Jobcentern. Viel wichtiger ist jetzt der §45 SGB III. Beim §45 SGB III kannst du dir einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein besorgen und darüber zwischen 50 bis 80 Beratungsstunden finanzieren lassen und zwar zu 100%. Das heißt, wenn du dir einen Berater suchst, der hier zertifiziert ist bei der Agentur für Arbeit beim Jobcenter, dann kannst du dort gemeinsam Businessplan, Finanzplan, dein Marketingkonzept, deine Persönlichkeit, alles sozusagen auf den Prüfstand stellen, gemeinsam die Unterlagen erstellen. Du kriegst das 100%ig finanziert. Der Berater muss allerdings dort zugelassen und zertifiziert sein. Aber das ist längst noch nicht alles. Du hast hier alleine schon über 12.000, 13.000 Euro, die du nicht mehr zurückzahlen musst, was das Jobcenter unterstützt. Jetzt ist es natürlich so, dass du von deinem Unternehmen noch nicht leben kannst. Das heißt also, du machst dich selbstständig und deine Umsätze sind relativ klein und deine Gewinne passen sich also so langsam an. Das Problem ist nur, dass du natürlich zu Hause deine Miete bezahlen musst, Krankenkosten bezahlen musst, Lebenshaltungskosten hast und so weiter. Das heißt, deine Fixkosten, die sind ungefähr so hoch. Und jetzt macht das Jobcenter Folgendes. Sie übernimmt deine privaten Lebenshaltungskosten antiproportional zu deinen Gewinnen. Das heißt also, wenn du keine Gewinne hast, dann trägt das Jobcenter ungefähr, sagen wir mal, 1.000 Euro, je nach Größe deiner Familie, deine Unterkunft, Miete und sonstige Zuschüsse und die Krankenversicherung. Das ist eigentlich noch höher, 1.100 Euro ist das im Durchschnitt. Wenn jetzt aber deine Gewinne ansteigen, dann geht das Jobcenter mit dem ALG 2 runter bis zu dem Zeitpunkt, wo du 100% tragfähig bist. Das ist also hier der Punkt der Tragfähigkeit. Das bedeutet, unterm Strich hast du auf deinem Konto immer das gleiche Geld. Und wie lange geht das jetzt? Sind das jetzt nur 3, 4 Monate oder 6 Monate wie bei der Agentur für Arbeit plus mal 9 Monate dran? Nein. Du reportest alle 6 Monate beim Jobcenter deine Gewinnentwicklung. Und da bist du immer weiter bewilligt für weitere 6 Monate. Und das kann 18 Monate, das kann 24, das kann auch mal 30 oder 36 Monate sein. Also im schlimmsten Fall, wenn du 36 Monate brauchst oder jetzt wie hier in diesem Fall 24 oder 30 Monate und du kriegst deine Unterstützung von 30 mal 1.100 Euro, dann bist du nochmal bei circa 33.000 Euro. Und das Geld musst du auch nicht zurückbezahlen. Du hast sogar eine Freigrenze von 100 Euro im Monat, die du noch hinzuverdienen kannst. Und danach wird erst reduziert das ALG 2. Das heißt also, über das ALG 2 wird deine privaten Lebenshaltungskosten gesponsert und deine Finanzierung, die du am Anfang brauchst, dein Laptop, deine Website, deine Visitenkarten, kannst du über § 16c Leistung zur Eindehnung von Selbstständen finanzieren. Über § 16b kannst du die laufenden Betriebsmittel für die Deckung der Anlaufkosten finanzieren, auch nochmal bis zu 5.000 Euro. Und so hast du 13.000 Euro zur Gründung für deine betrieblichen Ausgaben. Und du hast dann mal 30.000 oder 40.000 Euro nochmal zusammen. In dem Fall sind es also hier 46.000 Euro, wo der Staat sagt, durch das Jobcenter deine Gründung zu fördern, damit du selbst zu einem Arbeitsplatzgeber wirst, damit du zu einem tragfähigen Unternehmer wirst, der dann Steuern zahlt. Und das Geld dann auch dadurch wieder zurückzahlt. Solltest du Fragen haben und dieses Förderprogramm beantragen, also diese Mittel, die das Jobcenter zur Verfügung stellt oder den Beratungsgutschein AVGS, dann kannst du gerne den kostenlosen Gutschein nutzen für ein Erstgespräch und deine Fragen stellen. Wir helfen dir gerne bei der Umsetzung. Wir sind auch ein anerkanntes Beratungsunternehmen, das heißt, wir unterstützen dir auch mit unseren über 30 Beratern bei der Antragstellung. Gerne kannst du unseren Kanal weiterempfehlen, abonnieren oder das kostenfreie Erstgespräch nutzen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.